Das nächste ist quasi fast eine Premiere. Wir haben das noch nicht so oft öffentlich gesungen. Auf der AIDA haben wir es das erste Mal gemacht jetzt, auf der AIDA Cara. Und wir dachten, das ist jetzt so ein richtiger schöner Song. Ist ein bisschen was zum Knutschen auch, ist was zum Händchen halten, ist was zum Warmwerden. Tränen, Gefühle, Tränen und etwas, was man an der Kaffeemaschine den Alten auch noch mal fragen kann. Ich wollte es gerade sagen. Drück mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020